Hallo 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 Oho 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 Willkommen zurück zu Let's play Eure Trucks Mal Sag ich jetzt einfach mal hier Ja also Wir nehmen jetzt mal einen neuen Fracht Äh ne Neue Fracht von An So was denn die kürzeste Ihhh Das ist da wenig Huh Nürnberg Nürnberg Es braucht mehr Also Kameras Oder Ja Ich weiß Heute ist Dienstag Ich weiß Warum kommt es Vortag nicht mehr Wenn ihr mal auf meine Homepage gucken würdet Die auf mein Kanal Auf mein Kanal verlinkt ist Aber auch unter diesem Video verlinkt ist Ja ich hab vielleicht schlupfen Äh stark schlupfen aber egal Wird ihr bei Wichtiges Lesen können Dass ab sofort Montag ein Part kommt Aber Wegen dieser Umstellung Bin ich völlig auseinandergekommen Und das ist halt Hier Verhaltet es hier so Und die Parts werden ab sofort kürzer sein Äh 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 Okay Alles nur zurück Äh Alles perfekt So Dann fahren wir mal weiter Boah Schnupfen Scheiße Leute Wir konnten nie schnupfen Das ist wirklich ass Ich muss vorsichtig fahren Und dieses Video wird ich Werde ich auch auf meiner Homepage verlinken Wart mal Äh 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 Was war nicht Das war Nein Das da Nein Das da Ah Man merkt vielleicht Ich hab lange nicht mehr gespielt Scheiße 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 ja 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 oh sorry aber ich muss ja du auch ja ich habe immer noch keine Antwort auf meine Frage die ich schon lange gestellt habe bekommen nämlich sollen wir einen Kredit aufnehmen und einen LKW bezahlen oder sollen wir einen äh also oder sollen wir fahren und den mit unserem eigenen Geld zahlen mir persönlich ist das total egal ja wie ihr gerade gemerkt habt wahrscheinlich bevor ich hier depart also bevor ich hier geredet habe ja kein Intro oh scheiße ich habe verdammt lang nicht mehr gespielt also wie schon gesagt meine Homepage ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und auf meinen Kanal da steht es egal welche letzte Felsbeil kommen werden circa wirklich vielleicht hört ihr was vielleicht auch nicht das weiß ich nicht wenn es zu laut ist dann tut es mir leid dann müsst ihr leiser machen aber dann hört man mich nicht scheifelt ich hoffe ich hoffe dass man nix hört weil es besser als wenn mich nicht hört sondern nur hier Musik und so muss die wir machen wir machen wir Oh, Glück. Autobahn. Wow, wir haben bis jetzt so wenig gefahren. Echt? Weil nach hier der Aufklärung müssten wir eigentlich hier hier nach Frankfurt hier wieder nach Dortmund oder ist dann wieder zu Frankfurt dann zum Bahn und dann darüber, oh mein Gott. Ja, fangen wir mal weiter. Hilfe. Draußen hat es 15 Grad. Also das Spiel draußen. Ja, fangen wir mal. Ja. 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 ich mache die Warnleuchten an dass man weiß um Scheiß der ist ein Ampferger vorsichtig fahren also Ampferger bin ich jetzt nicht ab aber ich kann mich ich kann es nicht mehr suchen Ach der Gang drin Scheiße da steht hier drauf hoh hoh noch acht Minuten also schaffen wir es nicht weiß ich weil ich nur acht Minuten mache noch autos autos hoh 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 ach wir fallen ja ins Garno Scheiße Vielen Dank. 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 So, and this guy is off. So, and this guy is off. 1,46, 2. 1,46, 2. So, and this guy is off. 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 Tschüss.